Herzlich willkommen zu Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um die Goldene Bulle. Die Goldene Bulle ist quasi die Verfassung des Heiligen Römischen Reiches. Der Vergleich hinkt, aber wir werden sehen, warum er letztlich oder warum die Goldene Bulle letztlich so die Grundlage ist für eine Verfasstheit des Heiligen Römischen Reiches, wie wichtig sie war für die Entwicklung, warum sie überhaupt entstanden ist, aus welcher Situation. Eigentlich wäre das ein Video gewesen, das ich damals mit der BBG hätte machen wollen, denn die hat eine Ausgabe der Goldene Bulle rausgebracht im letzten Jahr. Eine wirklich prächtige, ich habe hier sogar eine ledergemundene Version. Tolles Buch, den Verlag gibt es leider nicht mehr. Schade, schade. Deswegen kann ich auch leider kein Exemplar verlosen, war immer so geplant. Aber es läuft tatsächlich noch der Bemalwettbewerb. Es gibt ja so eine Ritterfigur von mir, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Ihr habt noch bis Ende des Monats Zeit, euch zu beteiligen und da gibt es eine dieser Lederausgaben zu gewinnen. Also man kommt noch ran. Die Golden Bulle sind ja eigentlich Handschriften und eine davon ist eine besondere Prachthandschrift, die Wenzels Ausgabe. Die werden wir uns nachher noch anschauen, da habe ich Bilder dabei. Aber gerade bei solchen sehr, sehr wertvollen Handschriften sind wir beim Thema Müller & Schindler oder Universal Art Group. Das ist eine Verlagsgruppe, die haben sich mehrere Verlage zusammengeschlossen, um eben das Thema Buchkunst, Buchkultur hochzuhalten. Da gibt es ganz verschiedene, mehrere Verlage, eine Buchhandlung. Es geht um Bilder, es geht um Bildreproduktionen. Alles, was irgendwie mit Buchkunst und Buchkultur zu tun hat, ist da unter einem Dach zusammen. Der Verlag ist noch sehr neu, also Universal Art Group ist noch sehr neu. Die beteiligten Verlage sind nicht ganz so neu. Und in den nächsten Monaten werde ich immer wieder ein bisschen was darüber erzählen. Aber gerade wenn wir um sowas wie die Goldene Bulle reden, dann ist so ein Verlag sehr gut zu erwähnen. Denn genau solche Verlage sind es, die solche Handschriften erschließen, an die Öffentlichkeit bringen. Ja, in Form von sehr, sehr teuren Büchern, aber auch in Form von Bildern, auch in Form von sonstigen Nachdrucken. Und das ist einfach ein grundlegendes Anliegen, das ich sehr unterstützen kann. Der Name Goldene Bulle kommt von diesem Siegel. Also eine Bulle ist letztlich eine Veröffentlichung, in welcher Form auch immer. Und daran hängt eben so ein Siegel. Und das ist in dem Fall Gold, nicht Blei, wie bei vielen anderen. Bei Siegel denken wir immer erst an rotes Wachs, muss aber gar nicht sein. Blei war da tatsächlich sehr, sehr beliebt. Und in Form hier bei diesen kaiserlichen Verordnungen sind es eben Goldene Bullen. Daher kommt der Name. Diese Goldene Bulle ist 1356 unter Karl IV. in Nürnberg erlassen worden. Der eigentliche Name damals war Kaiserliches Rechtsbuch. Also der Name Goldene Bulle taucht erst im 15. Jahrhundert überhaupt auf. Und seit 2013 ist die Goldene Bulle in ihren sieben erhaltenen Ausgaben Weltdokumentenerbe. Also durchaus ein Buch, mit dem man sich mal beschäftigen kann. Und wie gesagt, es ist letztlich die Verfassung des Heiligen Römischen Reiches. Und da sind wir schon in einem wichtigen Punkt. Staaten, wie wir sie heute kennen, gibt es im Mittelalter gar nicht. Man spricht da eigentlich nicht von Staaten. Denn es gibt da die Drei-Elementen-Lehre. Georg Jelinek sagt, ein Staat braucht ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk und eine Staatsgewalt. Und letztlich fehlt im Mittelalter alles drei. Denn man kann die Gebiete nicht klar abgrenzen. Teile davon wechseln gerne mal hin und her. Denn wir reden ja von Lehnsystemen. Und da können mal schnell Ländereien verloren gehen. Und Seitenwechsel, ein Staatsvolk gibt es auch noch nicht. Weil ein Staatsvolk auch eine gewisse Homogenität braucht. Und gerade im Mittelalter reden wir von verschiedenen Ständen. Wir reden von frei, unfrei. Und vor allen Dingen die Bewohner des Heiligen Römischen Reiches sind keine Bürger des Heiligen Römischen Reiches in ihrem Sinn. Denn allenfalls sind sie römische Bürger, an ein anderes römisches Reich gedacht. Aber letztlich sind sie alle Bürger ihrer Heimatstadt, ihrer Grafschaft, ihres Herzogtums oder was auch immer. Man ist untertan einer Person. Nicht untertan des gesamten Reiches. Natürlich ist der Kaiser irgendwie drüber. Aber dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstgefühl gibt es noch gar nicht. Die Identität, die muss sich noch entwickeln. Und Staatsgewalt ist das größte Problem. Wir haben immer wieder das Problem, dass im Heiligen Römischen Reich dem Kaiser genau diese Staatsgewalt fehlt. Immer wieder. Also es gibt keine Regierungsgewalt. Der Kaiser kann versuchen, Leute auf seine Seite zu ziehen, ein Heer aufzustellen und damit Macht auszuüben. Aber er hat keine Grundsätze gemacht. Er hat keine Polizei, auf die er stützen kann. Er hat auch keinen Justizapparat. Sowas wird sich mit der Zeit entwickeln. Also wir sehen im Heiligen Römischen Reich eine Verstaatlichung. Aber im Mittelalter können wir eigentlich alle drei Punkte streichen und können sagen, im Mittelalter gab es keinen Staat. Man redet davon Reichen. Also das Heilige Römische Reich ist ein Reich und nicht das, was wir als Staat sehen. Und die Goldene Bulle ist da ein ganz wichtiger Schritt eben zu dieser Verstaatlichung. Und ein weiterer Punkt, der oft genannt wird bei Staaten. Ein Staat braucht noch eine Staatsverfassung. Und genau die haben wir jetzt. Und da kommt eben mit der Goldenen Bulle ein Schritt hin. Und die Zeit vor der Goldenen Bulle, also wir haben das Reich, wird im 11. Jahrhundert gegründet. Es gab vorher schon das Fränkische Reich, Karls des Großen und jetzt entsteht das Heilige Römische Reich. Habe ich ein ganzes Video dazu gemacht. Kann man sich gerne mal anschauen. Und wir haben etliche Verwerfungen. Wir haben den Investiturstreit. Der Streit zwischen Kaiser und Papst. Wer darf Bischöfe einsetzen? Dann haben wir nach dem Ende der Stauferherrschaft haben wir Gegenkönige. Also da gibt es letztlich auch eine Fortsetzung des Investiturstreits. Es gibt immer wieder Machtkämpfe zwischen Papst und Kaiser, die beide im Prinzip die Oberherrschaft für sich beanspruchen. Da gibt es dann auch die Idee der Zwei-Schwerter-Lehre. Hier ist ein Bild dazu. In der Mitte Jesus und erreicht Papst und König jeweils ein Schwert. Und mit diesen Schwertern haben sie im Prinzip die Regierungsgewalt. Und die Idee ist, dass Papst und Kaiser jeweils einzelne Schwerte halten und dementsprechend gleichberechtigt gegenüberstehen. In der Realität wollen sie natürlich nicht gleichberechtigt sein, sondern sie streiten auch um wer ist der Wichtigere. Und der Papst sieht sich halt eigentlich als wahrer Kaiser und leitet auch das Recht ab, den Kaiser zu krönen oder zumindest seiner Wahl zuzustimmen. Und so mit der Zeit merkt man auch, dass die Päpste immer weniger Lust haben, Kaiser zu krönen. Also sie versuchen das möglichst zu umgehen. Es wird immer schwieriger für den Kaiser sich krönen zu lassen. Dazu muss er auch noch nach Italien. Also das ist eine relativ anstrengende Angelegenheit. Und sowohl Papst als auch Kaiser haben einen universellen Machtanspruch. Natürlich auch das in der Realität. Der Kaiser kann gerne sagen, er ist das Obd der Christenheit. Das kümmert den französischen König eigentlich ziemlich wenig. Kannst du sehr gerne sagen. Ich bin nicht dein Untertan. Aber der Anspruch, der war immer da. Dazu kommt auch, dass der Papst ebenfalls eine Verstaatlichung anstrebt. Das wird er später mit dem Kirchenstaat erreichen. Also die Kirche will ihren eigenen Staat. Großer Rückschritt ist dabei das abendländische Schisma. Denn zu der Zeit, über die wir gleich reden werden, ist der Papst nicht mehr in Rom. Der ist in Avignon in Frankreich. Da haben wir auch wieder Päpste und Gegenpäpste. Und im Heiligen Römisch Reich wird es halt auch immer schwieriger mit der Königswahl. Wir haben eine Wahlmonarchie. Auch wenn es da Versuche gibt, das zu ändern, setzt sich letztlich durch. Und je früher wir gucken, umso üblicher ist die Wahl von Hohen Adligen. Also Könige oder Herzöge werden gewählt. In Frankreich zum Beispiel gab es auch mal ein Wahlkönigtum. Das haben die Carpetinger dann einfach irgendwie geschafft, zu einer Erbmonarchie umzuwandeln. Diese Umwandlung findet im Heiligen Römischen Reich nicht statt. Im Heiligen Römischen Reich wird der König durch die Großen des Reiches, wie es heißt, gewählt. Und das können ziemlich viele sein. Im Jahr 1125 sind es 40 Wähler. Und zwar 10 aus jeder der vier Stammesregionen Schwaben, Franken, Sachsen und Bayern. Also ziemlich viele Wahlmänner, die da gerufen werden. 1198 sind es 61 Wähler. Und teilweise haben wir im Heiligen Römischen Reich auch quasi dynastische Strukturen. Die Staufer sind ein gutes Beispiel. Die schaffen es, ihre jeweiligen Nachfolger wählen zu lassen. Die Wahl ist aber immer noch das Mittel der Legitimation. Also ohne wird man im Heiligen Römischen Reich einfach nicht König oder Kaiser. Man braucht diese Wahl auf seiner Seite. Nach den Staufern gibt es dann sehr viele schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Familien. Dadurch werden die Wähler, also die Wahlfähigen gestärkt. Die Hürsten kriegen da durchaus Oberwasser, weil ihre Stimme eben wichtig ist. Wir finden dann auch im Sachsenspiegel schon so eine Aufzählung, wie das Ganze vonstatten gehen soll. 1256 treten zum ersten Mal die späteren Kurfürsten, die sieben Kurfürsten zusammen. Allerdings in unterschiedlichen Lagern. Es kommt zu einer Doppelwahl, zur Doppelwahl von Richard of Cornwall und Alfons von Kastilien. Jeder von denen bekommt vier von sieben Stimmen. Und ja, ich habe mich nicht verzählt, vier von sieben. Der König von Böhmen wählt einfach beide. Der kann später mal sagen, ja, ich war dabei, ich habe dich gewählt. Keiner der beiden kann seine Herrschaft letztlich ausüben. Sie kommen beide nicht aus dem Heiligen Römischen Reich. Einiges Engländer, der andere ist eben Kastilier. Und es kommt zum Interregnum. Da haben wir dann Könige gegen Könige. Wir haben ganz lange die kaiserlose Zeit. Ist ein bisschen schwierig, weil auch wenn der Kaiser wenig Gewalt hat, er fehlt durchaus. Und gerade die reichsunmittelbaren, also die Adligen, die direkt dem Kaiser unterstehen, die können schalten und walten, wie sie wollen. Und da gibt es ja noch durchaus Berichte, dass so etwas wie Raubrittertum, schwieriger Begriff, ich weiß, aber blüht und gedeiht. Und der Schwabenspiegel, also der Sachsenspiegel und der Schwabenspiegel sind beides Bücher, die Gesetze aufschreiben. Es sind keine Gesetzesammlungen, die Gesetze erlassen. Sie schreiben das nur auf. Und im Schwabenspiegel werden jetzt eben die sieben Kurfürsten genannt. Allerdings wird der Herzog von Bayern statt des Königs von Böhmen genannt. Hier haben wir das passende Bild dazu. Aus einer Ausgabe des Schwabenspiegels ist eben eine Belehnung. Und also die Zahl sieben ist jetzt schon relativ fest. Wer genau das ist, ist noch nicht fest. Und es gibt noch ein weiteres großes Problem. Hier haben wir nochmal die sieben Kurfürsten. Hier haben wir dann schon die Wappen der jeweiligen Länder. Bei der Wahl Albrechts von Österreich 1298 in Frankfurt sind zum ersten Mal die sieben Kurfürsten versammelt. In der Form. Allerdings hängt die Wahlberechtigung noch am Titel und den konnten mehrere Personen innehaben. Die Fürsten vermeiden die Primogenitur, also die Vererbung an den ältesten Sohnen, weil die Aufteilung des Landes, dass jeder der Erben etwas bekommt, kann durchaus Konflikte verhindern. Dadurch ist aber das Problem, dass ein Titel eben von mehreren gehalten werden kann. Und dann haben wir 1314 genau das Problem. Es gibt eine große Uneinigkeit über die Kandidaten. Die Stadt Frankfurt verschließt ihre Tore und vor den Toren, beziehungsweise in einem Fall im Stadtteil Sachsenhausen, werden zwei Könige gewählt. Der Erzbischof von Köln, der Pfalzgraf Bayrein, Rudolf I., der Herzog von Sachsen, noch ein Rudolf, also das ist der Herzog von Sachsen-Wittenberg, und Heinrich von Kärnten, König von Böhmen, wählen zusammen den Habsburger Friedrich den Schönen. Die Erzbischöfe von Mainz und Trier, König Johann von Böhmen, also noch ein König von Böhmen, Waldemar Magra von Brandenburg und Johann II. von Sachsen-Lauenburg, wählen Ludwig den Bayern zum König. Und wenn man jetzt mitgezählt hat, wir hatten zwei Könige von Böhmen und zwei Herzog von Sachsen. Das ist genau das Problem. Es gibt Streitigkeiten, beide beanspruchen den Thron. Oder im Fall der Sachsen, es gab eine Erbteilung, beide beanspruchen den Titel. Und damit haben wir schon wieder nicht die sieben Kurfürsten. Also man merkt sofort, warum brauchen wir die Goldene Bulle, weil all das scheint nicht so richtig gut geregelt zu sein. Hier haben wir dann auch die Region. Also es ist schon immerhin so weit, dass der Kurfürstenrang an der Region dranhängt. Da können wir das ganz gut sehen. Wir haben eben die drei geistlichen Kurfürsten, den Erzbischof von Mainz, von Köln und von Trier. Dann haben wir hier die Wittelsbacher Gebiete. Daraus ist der Pfalzgraf Bayrein, der ebenfalls Wittelsbacher ist und mit dem Bayern Verband ist. Kurfürst. Dann haben wir den König von Böhmen, der noch umstritten ist, wie wir das eben gesehen haben. Und eben den Markgraf von Brandenburg und den Herzog von Sachsen. Das sind die Gebiete, aus denen die Kurfürsten kommen. Dazwischen ist auch ganz viel Platz. Das sind eher kleinere, andere Fürsten, Grafen und ähnliches. Aber diese Kurfürsten haben sich letztlich schon herausgebildet. Die Region, noch nicht die einzelnen Titelträger. Und dann entsteht der Kurverein von Rennes am Rhein. Ist ein relativ kleiner Ort. Im Konflikt zwischen Kaiser Ludwig IV., der auch eben Ludwig der Bayer genannt wird, und dem Papst kommt es zu gegenseitigen Absetzungsversuchen. Die Legitimation des Kaisers wird insgesamt diskutiert. Und so versammelt sie die Kurfürsten, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Ihre Erklärung ist, die Legitimation des Kaisers stammt direkt von Gott. Also sie bestreiten, dass der Papst ein Approbationsrecht hat, sprich ein Zustimmungsrecht zur Papstwahl. Und sie sagen, dadurch, dass der König von den sieben Kurfürsten gewählt wird, ist er automatisch von Gott legitimiert. Was ja spannend ist, weil man sollte ja eigentlich denken, in einem Konflikt zwischen Kaiser und Papst würden sich die geistlichen Kurfürsten auf Seiten des Papsts stellen. Nee, die machen ihre eigene Politik. Und sagen, das ist so der erste Punkt, wo sie sagen, nein, nein, wir wählen und damit ist die Legitimation durch. Dann gibt es 1338 ein Treffen aller Kurfürsten, außer des Königs von Böhmen. Und dieses Treffen, eben dieser Kurverein von Rennes, ist das erste Treffen der Kurfürsten in der Funktion, ohne einen König zu wählen. Das wird noch Folgen haben, also sie werden dadurch auch schon einen gewissen Nachtanspruch haben. Aber hier haben wir eben dieses siebene Konzept. Wie gesagt, das Approbationsrecht des Papstes wird verneint. Es wird ein Mehrheitsprinzip beschlossen, also es muss keine einstimmige Wahl mehr sein. Eine Mehrheit reicht. Aber die Zusammensetzung dieses Kollegen wird ganz deutlich postuliert. Es ist also jetzt jeweils eine bestimmte Person, die an diesem Wahlrecht hängt. Also man versucht eben genau zu vermeiden, was bei der Doppelwahl passiert ist. In Rennes gibt es dafür bis heute noch den sogenannten Königsstuhl. Das ist nicht der Bau, der heute da steht. Das ist der Vorgängerbau. Aber ich weiß nicht, wie der ursprünglich mal ausgesehen hat. Das ist jetzt der Zustand 1798. Da gibt es immer ein Gemälde. Das war mal der Ort, an dem diese Kurfürsten versammelt haben. Heute ist das Ganze verlegt worden wegen irgendwelchen Baumaßnahmen. Also nicht mal mehr der Ort stimmt und das Gebäude auch nicht. 1929 hat man ihn nochmals verlegt. Und jetzt haben wir eben genau diese sieben Kurfürsten. Den Erzbischof von Trier als Kanzler für Burgund. Jeder dieser Titel ist auch mit einem Amt versehen. Und die geistlichen Fürsten haben eben ein Kanzleramt. Der Kanzler von Burgund ist dabei vor allem ein Anspruch. Wir reden nicht von dem Burgund, das später mit Karl dem Kühnen und so wichtig wird. Wir reden von dem früheren Burgund, von dem frühmittelalterlichen, hochmittelalterlichen Burgund. Das ist südlicher gelegen. Und ansonsten kann man sagen, der Burgunderheuerzug im 50er Jahrhundert ist das die Region Burgund in Frankreich und alles nach Norden. Und das vorherige war Burgund in Frankreich und alles nach Süden. Und das Reich hat immer noch einen nominellen Anspruch auf dieses Gebiet. Und der wird eben ausgedrückt mit diesem Kanzlertitel, der letztlich ansonsten ziemlich überflüssig ist. Der Erzbischof von Köln ist der Kanzler für Reichsitalien. Erzbischof von Köln ist ja zwischen der Krönung Ottos des Großen 936 und Ferdinand des Ersten der krönende Bischof. Weil die Krönung wird in Aachen vollzogen. Und das untersteht dem Erzbischof von Köln. Also das ist eine Sonderrolle für ihn. Und Reichsitalien ist auch so ein Anspruch. Der ist tatsächlich gar nicht mal so unwichtig. Also um Kaiser zu werden, muss man vorher auch König von Italien geworden sein. Das ist der Grund, warum Könige nach ihrer Wahl nach Italien ziehen. Erstmal um sich die Krone des Italiens in Mailand abzustorben. Und dann um sich zum Kaiser krönen zu lassen. Der König von Böhmen ist der Erzschenk des Reiches. Dazu komme ich später nochmal zu den Aufgaben. Der Pfalzgraf Bahrain ist der Erztruchsess des Reiches. Der Herzgraf von Sachsen ist der Erzmarschall. Und der Markgraf von Brandenburg der Erzkämmerer. Und als Vornehmster steht dann der Erzbischof von Mainz. Das sind die sieben Kurfürsten. Und ab diesem Kurverein ist das auch in Stein gemeißelt. Also es gibt nicht mehr mehrere Aspiranten pro Titel. Sondern diese sieben sind das Wahlgremium. 1347 wird dann eben Karl IV. in Renz zum Gegenkönig gegen Ludwig den Bayern gekrönt. Erstmal so schwierig, ob er sie durchsetzen kann. Weil Ludwig der Bayer ist gar nicht mal so schlecht im Sattel. Obwohl er exkommuniziert wurde und alles. Aber zu seinem Glück stirbt Ludwig der Bayer im selben Jahr noch nach einem Jagdunfall vermutlich an einem Schlaganfall. Da er eben Gegenkönig ist, kann er auch weder in Aachen noch in Frankfurt gekrönt werden. Er wird in Bonn gekrönt. Das ist ein ungefähr zeitgenössliches Fresco. Also so könnte er ungefähr ausgesehen haben. In Frankfurt wird dann noch ein weiterer Gegenkönig, also ein Gegenkönig gekrönt. Nämlich Gunther von Schwarzburg. Das ist sein Grab. Das ist heute noch im Dom in Frankfurt. Und man sieht, er ist da nicht mehr weggekommen. Aber doch, der hat durchaus Pech. Er wird zwar, also sein Argument, er ist am rechten Ort gekrönt. Zu Frankenfort in den Feldern, da Römisch-Kunge zu Rechte gewählt sind. Also am richtigen Wahlort gekrönt. Er kann sich nicht ansatzweise durchsetzen. Seine Truppen lösen sich auf. Und er stirbt ein halbes Jahr später in Frankfurt vermutlich an der Pest. Denn wir sind in den Jahren 47, 48. Wir sind genau in der Zeit, in der Europa von Pest überlutet wird. Karl IV. lässt sich trotzdem in Frankfurt nochmal wählen. Und in Aachen krönen. Damit ist er am rechten Ort gewählt, am rechten Ort gekrönt. Das hilft seinem Anspruch durchaus. Und er kann sich tatsächlich am Ende durchsetzen und wird einer der eher wichtigen spätmittelalterlichen Kaiser. Es kommt dann noch zum recht komplexen Approbationsverfahren in Avignon. Papst Clemens VI. spielt eine ganz wichtige Rolle. Der betont da auch nochmal die Rolle des Papstes bei dem Ganzen. Also er beharrt darauf, dass der Papst den Kaiser krönt und dem Kaiser der Wahl auch zustimmen muss. Karl IV. macht dann auch einen Italienzug. Muss er ja quasi machen. Er lässt sich in Mailand mit der eisernen Krone der Lombardei krönen und in Rom nicht vom Papst, sondern von einem Stellvertreter zum Kaiser. Direkt nach seiner Rückkehr aus Italien im Jahr 1356 auf einem Hoftag in Nürnberg lässt er dann eben genau diese goldene Bulle erlassen. Überhaupt legt Karl IV. sehr viel Wert auf legales Handeln. Also das, was er tut, sollte irgendwie rechtlich abgesichert sein. Das ist eine Idee, die ist relativ neu. Also dass ein Kaiser überhaupt so etwas wie Recht da braucht, weil eigentlich ist das ja Kaiser. Ebenso neu ist auch die Idee des Kaisers als gesetzbildende Instanz. Eigentlich, man hat altes Recht gesammelt. Recht war das, was alt war. Egal, ob es jetzt römisches Recht oder Stammesrechte sind. Man hat die gesammelt, eben im Sachsenspiegel und im Schwabenspiegel. Das Wort Spiegel heißt in dem Fall auch nicht etwas Neues, sondern man sammelt alte Dinge, man spiegelt sie quasi. Und dass der Kaiser neue Gesetze machen kann, ist noch gar keine so alte Idee. Aber Karl IV. macht genau das. Er lässt neue Gesetze. Und da sind wir jetzt eben bei der goldenen Bulle. Das ist die Frankfurter Ausgabe. Das hier ist die Tiere Ausgabe. Und hier können wir uns die eigentliche Bulle mal sehr schön anschauen. Also hier dieses Siegel. Auf der einen Seite eben der Kaiser mit den Insignien seiner Macht. Auf der anderen Seite eben der Palast, das Imperium. Der Anspruch, der dahinter steht. Und es gibt sogar Drucker, das zeige ich euch gleich nochmal. Von dieser goldenen Bulle gibt es heute noch sieben Ausgaben. Das waren vermutlich auch die einzigen ursprünglichen Exemplare. Es gibt das böhmische Exemplar, das liegt heute in Wien im Staatsarchiv. Es gibt ein Mainzer Exemplar, das ebenfalls im Staatsarchiv in Wien liegt. Es gibt ein Kölner Exemplar, das liegt heute in Darmstadt in der Landesbibliothek. Es gibt ein Pfälzer Exemplar, das liegt heute in Wien. Da ist das Siegel sogar noch erhalten, aber nicht mehr verbunden. Es gibt das Trierer Exemplar, das wir eben gerade gesehen haben. Hier die Trierer Ausgabe. Es gibt das Frankfurter Exemplar. Das ist eine, also im Gegensatz zu den bisher genannten, das bisher genannte waren alles Ausgaben, die an die jeweiligen Kurfürsten gegangen sind, damit sie auch ein Exemplar haben. Das Frankfurter Exemplar ist auf Kosten der Bürger hergestellt worden, um die darin genannten Rechte und Pflichten der Stadt Frankfurt nachschlagen zu können. Und genauso gibt es ein Nürnberger Exemplar. Das ist eben auch eine städtische Variante. Und beide sind noch gut erhalten und sind rechtlich auch den Originalen gleichgestellt. Sie sind gesiegelt, sie sind damit auch eine kaiserliche Bulle und damit rechtlich kein großer Unterschied. Beim Nürnberger Exemplar ist allerdings nur noch ein Wachssiegel dran. Der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg verzichten auf ein eigenes Exemplar. Da gab es vermutlich auch nie eins. Also die haben vermutlich Kosten gespart, was auch immer. Und es gibt unfassbar viele Abschriften. Also ich glaube, heute sind fast 200 Abschriften identifiziert. Es gibt davon durchaus Prunkversionen, wie die von König Wenzel. Die werden wir uns gleich noch im Detail anschauen. Es gibt aber auch Drucke. Hier haben wir zum Beispiel einen Druck vom Ende des 15. Jahrhunderts. Da ist die Goldene Bulle dann deutlich vervielfältigt worden. Kommen wir zum Inhalt. Das ist die erste Seite dieser bekannten Wenzel-Ausgabe. Um 1400 entstanden und in besagten Büchlein. Das ist einfach einmal ein kompletter... Ist einmal ein kompletter Nachdruck dieser Wenzels-Ausgabe. Also es gibt ganz viele Aufsätze in diesem Buch, aber es gibt auch einen kompletten Nachdruck. Da habe ich meine Bilder her. Und natürlich hier ist der Anspruch, Jesus thront über dem Ganzen. Das Ganze ist natürlich göttlich legitimiert, ganz klar. Und jetzt haben wir darin zwei Teile. Wir haben einmal das Nürnberger Gesetzbuch. Das ist das, was auf dem Hoftag in Nürnberg direkt erlassen wurde. Und da haben wir verschiedene Kapitel. Das erste Kapitel, wie das Geleit der Kurfürsten sein soll und von wem es gestellt werden muss. Darin wird im Prinzip ein freies Geleit für die sieben Kurfürste im Fall einer Wahl garantiert. Es gibt detaillierte Anweisungen, wer wem da Geleit stellen muss, wer wen durchlassen muss. Und die Anordnung, dass jeder Kurfürst maximal 200 Reiter zur Wahl mitbringen darf. Davon maximal 50 Bewaffnete. Im letzten Absatz wird dann noch lapidar vermerkt, dass ein Kurfürst, der nicht erscheint und auch keinen Vertreter schickt, seine Stimme für diese Wahl verliert. Hier sehen wir den Kurfürsten von Mainz mit seinem Wappen eben auf dem Weg zur Wahl. Das ist die entsprechende Illustration dazu. Kapitel 2 über die Wahl des deutschen Königs. In diesem zweiten Kapitel gibt es vor allen Dingen Anweisungen, am Wahltag die Messe zu besuchen und dann am Altar ein Eid für die Wahl abzulegen. Dann haben die Kurfürsten eine Frist von 30 Tagen, einen neuen König zu wählen. Schaffen sie es in dieser Frist nicht, wird ihnen nur noch Wasser und Brot gereicht. Also ähnlich wie bei der Papstwahl, das ist daran auch deutlich orientiert, müssen sie sich einigen, sonst wird es unangenehm für sie. In Kapitel 3 wird dann über die Sitzordnung der Erzbischöfe von Trier, Mainz und Köln gesprochen. Die sollen möglichst gleichrangig sein. Da wird versucht, irgendwie eine Vorrangigkeit zu vermeiden. Die sollen ungefähr auf dem selben Niveau bleiben. Im Kapitel 4 geht es dann um die sonstigen Kurfürsten, die weltlichen. Da ist wieder eine Sitzordnung diskutiert. Die Erzämter werden kurz erwähnt. Der Markgraf von Brandenburg-Wasserreich, der König von Böhmen den Trunkreich, der Pfalzgraf bei Rhein Speisen aufträgt und der Herzog von Sachsen als Marschallsamt einnimmt. Das werden wir später nochmal komplett sehen. Im Kapitel 5 geht es über die Rechte des Pfalzgrafs und auch des Herzogs von Sachsen, dass die beiden das Reichsvikariat innehaben. Sprich, wenn der Thron vakant sein sollte oder auch der König oder Kaiser abwesend, dann ist der Pfalzgraf bei Rhein der Reichsvertreter oder der Reichsverweser für alle Gebiete mit fränklichem Recht und der Herzog von Sachsen für alle Gebiete mit sächsischem Recht. Wenn ich Kaiser und König sage übrigens, ich benutze das relativ wahllos, weil letztlich ist der Unterscheidung gar nicht groß. Beide haben dieselben Vollmachten. Der Unterschied ist, der König ist schon gewählt, aber noch nicht zum Kaiser gekrönt. Der Kaiser ist schon gekrönt und wer was ist, da muss man eben genau aufs Ja schauen. Von daher ist das gerade in Bezug zur Goldenen Bulle, die benutzen das völlig gleich. Also wenn die Goldenen Bulle von König oder Kaiser reden würde, würde ich genau dasselbe meinen. Ich glaube, sie sagt aber nur Kaiser. Kapitel 6 über die Vorrechte der Kurfürsten gegenüber sonstigen Fürsten. Da wird letztlich nur der zeremonielle Vorrang bei Reichstagen diskutiert. Und siebtens über die Erbfolge der weltlichen Kurfürsten. Hier geht es eben um die Primogenitur. Die Kurlande sollen unteilbar sein. Sie dürfen nicht im Erbfall aufgeteilt werden. Sie dürfen gar nicht aufgeteilt werden, wenn so ein Kurfürst noch andere Gebiete hat. Die darf er aufteilen, die darf er anderweitig vererben. Aber die Kurlande dürfen nur noch als ein Stück vererbt werden. Und daraus, im Sprachgebrauch merkt man es eben, man redet eben von den entsprechenden Gebieten. Man redet von der Kurpfalz, man redet von Kur Sachsen, man redet später auch mal von Kur Bayern. Das kommt dann auch noch, Kur Trier, Kur Köln. Also das ist, wenn wir dieses Kur davor haben, dann haben wir die ursprünglichen Kurlande, die einfach nicht teilbar sind. Achtens über die Gerichtsfreiheit des Königs von Böhmen und seiner Landesbewohner. Hier wird jetzt erst der König von Böhmen abgefrühstückt. Das wird später auf die anderen auch nochmal erweitert. Man muss bedenken, Karl IV., der hier das Ganze erlassen hat, ist König von Böhmen. Er war vorher schon einer der Kurfürsten und das, was hier geschrieben wird, gilt speziell für ihn. Und zwar gibt es da zwei Privilegien, nämlich das Privilegium de non evocando. Untertanen dürfen nur vor das kurfürstliche Gericht zitiert werden. Sprich, Untertanen des Königreichs Böhmens dürfen nicht von einem anderen Gericht herbeizitiert werden. Die sind nicht zuständig. Und das Zweite ist das Privilegium de non appellando. Untertanen dürfen auch kein anderes Gericht anrufen. Sprich, ich werde vor einem kurfürstlichen Gericht angeklagt. Ich darf nicht sagen, ja, ich gehe aber von Kurstadt nach Kur Trier in die Pfalz und lasse mich da verhandeln. Ist nicht erlaubt. In Kapitel 9 geht es um Gold, Silber und andere Bergwerke. Die sind Besitz der Kurfürsten. Die haben alle Bodenschätze unter sich. Und in einem quasi Nebensatz wird auch noch das Judenregal mitgegeben. Sprich, anstatt wie bisher die Oberhoheit beim Kaiser und damit auch die Einnahmen, beziehungsweise die Abgaben der Juden, geht das jetzt an die Kurfürsten. Hier kann man schon sehr sehen, dass es so ein Kapitel... Die ganze Goldene Bulle ist kein von oben erlassendes Gesetz. Das ist ein Ausgleich, das ist ein Aushandlungsprozess zwischen Karl IV. und seinen Kurfürsten. Und hier sieht man die Gegenleistung. Also auf der einen Seite kriegt er, was er will, er kriegt seine Verfassung. Auf der anderen Seite, ja, liebe Kurfürsten, alle Bodenschätze und das Judenregal. Bitte schön. Im Kapitel 10 geht es um das Münzrecht für den König von Böhmen. Das wird wieder groß erklärt. Er hat Münzrecht und am Ende wird dann auch noch alle anderen Kurfürsten dasselbe gegeben. Finde ich eine sehr spannende Aufteilung. Manchmal sind diese Kapitel sehr ungelenk formuliert für heutige Augen. Da sind einfach noch ein paar Generationen weniger Juristen dran. Im Kapitel 11 geht es um die Gerichtsfreiheit der Kurfürsten. Und das ist letztlich genau dasselbe, was wir eben mit dem König von Böhmen hatten. Nur auf alle anderen Kurfürsten erweitert. Also letztlich dasselbe nochmal. Dann geht es in Kapitel 12 um die Zusammenkunft der Kurfürsten. Und das ist jetzt ganz wichtig. Denn einmal jährlich sollen die zusammenkommen. Vier Wochen nach Ostern sollen sie die Kurfürsten zur Beratung treffen. Immer in abwechselnden Städten. Das wird im Vorjahr mal festgelegt. Ganz nebenbei gibt es dann aber auch noch das Verbot großer Feiern auf Reichstagen und Kurfürsten treffen. Ich glaube das ist eines der Kapitel, die eher selten wirklich befolgt wurden. Aber letztlich heißt es aus Gründen der Effektivität, damit man konzentriert arbeiten kann, bitte keine großen Feiern. In Kapitel 13 geht es um den Widerruf der Privilegien. Also der König Kaiser hält sich natürlich den Widerruf vor. In Kapitel 14 über den Entzug der Lehnsgüter bei Unwürdigkeit. Darin wird gesagt, es gebe Lehnsleute im Reich, die ihre Lehnen in betrügerischer Absicht zurückgeben. Dann die Fäde erklären und das Lehnen wieder in Besitz nehmen würden. Ich nehme mal an, es geht darum, dass sie statt in Lehnsverhältnis zu sein, sich dann das Eigentum an dem Lehnen aneignen. Also wirklich der eigentliche Eigentümer werden. In Kapitel 15, das ist ganz interessant, da geht es um Verschwörungen. Es werden alle Bündnisse verboten. Von Städten, von Adligen, in welcher Form auch immer, Schwurgemeinschaften, es wird alles verboten. Es sei denn, es handelt sich um Landfriedensbünde. Also diese Landfriedensbünde sind gerade im Interregnum aufgekommen. Die sind tatsächlich relativ verbreitet, weil man eben versucht, sich die Feder einzuschränken. Und diese noch erlaubt, ausdrücklich, alle anderen Bünde, auch Städtebünde, in welcher Art, sind verboten. Werden in den nächsten 150 Jahren immer wieder auftauchen. Ist nichts, was irgendwie komplett weg ist. Aber zum Beispiel, schönes Beispiel, die Hanse ist damit offiziell verboten. Wird nie durchgesetzt. Aber in der Golden Bulle steht es. Das Bild dazu ist übrigens zwei Bürger, die die Strafe zahlen. Denn es ist eine relativ hohe Geldstrafe. 100 Gulden angesetzt. Und die, auf dieser Zeichnung, auf diesem Bild, zahlen sie das Ganze eben. In Kapitel 16 geht es um die Pfahlbürger. Ein Pfahlbürger ist jemand, der in einer Stadt Bürger wird, dort aber nicht lebt. Das ist in der Zeit auch relativ beliebt. Ich besorge mir das Bürgerrecht in einer Stadt. Die Stadt schützt mich, ich kann da alle Vorteile genießen, bleibe aber außerhalb auf meinen Besitzungen und bin dann offiziell, ich bin nicht mehr, lehne es mal von irgendwer, ich bin jetzt Stadtbürger. Und sowas wird, ist natürlich ein Problem, wird hier verboten. In Kapitel 17 geht es um das Ansagen von Fäden. Da haben wir jetzt zum ersten Mal so einen Gesetzescharakter, gut, das hatten wir eben in den Verschwörern auch schon, aber bisher waren die ganzen Sachen sehr auf die Kurfürsten konzentriert. Und es ist letztlich ein Wahlprozedere bisher. Also mit dem modernen Rechtsbruch hat es noch nichts zu tun. Dann kommen eben die Verschwörer und jetzt kommen die Fäden. Da wird es tatsächlich mal für den normalen Menschen interessant. Es werden alle Fäden verboten zwischen Leuten, die in Gemeinschaft, Vertrautung, Umgang oder Freundschaft gelebt haben. Also quasi einem Freund die Fäde zu erklären ist jetzt irgendwie illegal. Außerdem muss der Fädeprief drei Tage vorher überbracht werden und es muss dafür drei Zeugen geben. Nur dann ist die Fäde rechtmäßig. Außerdem wird jeder unrechtmäßige oder ungewohnte Zoll oder Geleit verboten. Also letztlich das, was später so der Begriff Raubritter meint, dass eben Zölle erhoben werden oder auch Zölle bestritten werden, dazu wird sich hier geäußert. In Kapitel 18 gibt es dann ein Formular für die Einladung eines Kurfürsten zur Königwahl. Also wirklich Vordrucke, finde ich ganz lustig. Die Übersetzung, relativ moderne Übersetzung. Euch, dem erlauchten und großmächtigen Fürsten und Herrn Markgrafen von Brandenburg, des Heiligen Reiches, Erzkämmerer, unserem Mitfürsten und Freund, zeigen wir hierdurch die Wahl eines römischen Königs an, die durchgeführt werden muss und laden euch Kraft unseres Amtes zu dieser Wahl in gehöriger Weise ein. Ihr wollt euch von den Tagen, hier ist offengelassen, ab in drei Monaten an dem Orte einfinden, denen dieselben erlassenen ehrwürdigen Gesetze vorschreiben oder aber eure Gesandten oder Beauftragten mit ausreichender Vollmacht entsenden. Ihr habt mit euren und unseren Mitkurfürsten und Mitwählern über die Wahl des zukünftigen römischen Königs, der dann später mit Gottes Hilfe zum Kaiser erhoben wird, zu beraten, zu verhandeln und euch zu einigen. Ihr sollt dort bleiben, bis die Wahl gänzlich beendet ist und alles tun und erledigen, wie man es in den wohlweislich darüber erlassenen ehrwürdigen Gesetzen festgelegt findet. Ansonsten werden wir ohne Rücksicht auf eure Abwesenheit von euch und euren Gesandten das Verfahren gemeinsam mit den anderen Mitkurfürsten und Mitwählern zum Abschluss bringen, wie das Ansehen der Gesetze es gebietet. Kapitel 19 ist dann das Formular für die Entsendung eines Vertreters, also auch daran wurde gedacht. Kapitel 20 über die Einheit der Kurfürstentümer und die damit verbundenen Rechte, Unteilbarkeit der Kurlande, Erzämter und Wahlrecht. Also was wir im Prinzip auch schon bei Böhmen mal hatten, haben wir hier nochmal. Kapitel 21 über die Rangordnung der Erzbischöfe bei feierlichen Aufzügen vor und neben dem Kaiser. Werden wir gleich nochmal haben, also gerade bei Hoftagen und Ähnlichem. Der zweite Teil wird sehr zeremoniell. Da gibt es dann auch wieder ganz genaue Richtlinien, wer vor wem gehen darf und so weiter, damit da bloß kein Streit entsteht. Also solche Sachen sieht man gerade, waren sehr, sehr wichtig. Kapitel 23 über die Spendung des Segens durch die Erzbischöfe im Beisein des Kaisers. Damit ist das Nürnberger Gesetzbuch fertig. Im selben Jahr noch wurde auf dem Reichstag in Metz allerdings ein Zusatz verfasst, die Metzer Gesetze. Und jetzt wird es sehr, sehr, wie soll ich sagen, zeremoniell. Kapitel 24 hat keinen Titel, weitet aber den Begriff der Majestätsverbrechen auf die Kurfürsten aus. Verschwörung oder Angriff auf sie sind eben jetzt Majestätsverbrechen, die mit dem Tode bestraft werden. Und auch die Söhne und Töchter solcher Täter sollen von allen Erbschaften ausgeschlossen sein. Es steht dann auch wirklich drinnen, gerade bei den Söhnen, dass die in Armut leben sollen, bis sie erlöst werden. Und also die Familie von so einem Täter soll keinen Spaß mehr haben. In Kapitel 25 wird nochmal die Unteilbarkeit der Fürstentümer betont. Offensichtlich gab es da Redebedarf. In Kapitel 26 gibt es dann das Zeremoniell zu Reichstagen. Und da muss man sich klar machen, solche Zeremonien, egal welche Art, waren im Mittelalter sehr, sehr wichtig. Denn wir lesen nicht in der Presse davon, sowas gibt es gar nicht. Man muss so etwas zeigen. Und das ist auch ein Irrtum, der immer wieder aufkommt, sowas muss immer wieder erholt werden. Zeremonien werden immer wieder erholt, damit sie ihre Gültigkeit behalten. Gerade so Lehnseile und sowas werden immer und immer wieder erholt. Und hier in diesem Zeremoniell wird gesagt, am Morgen sollen die Kurfürsten zum Wohnort des Kaisers kommen. Also der ist in irgendeinem Beude untergebracht. Der Herrscher legt dann die Insignien an. Hier habe ich ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Das zeigt so die wichtigsten Reichskleinodien. Und im Detail ist natürlich die wichtigste Insignie die Kaiserkrone. Entstanden irgendwann in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts ist das das Zeichen für die Kaiserwürde und deutlich sichtbar. Ich meine, Krone muss man niemandem erklären, kennt quasi jeder. Dazu gehört aber noch eine ganze Menge mehr. Es gibt noch eine zweite Krone, nämlich wie hier von der Aachener Karlsbüste. Das ist ein Reliquiar für Karl den Großen. Und diese Krone darauf, die kann man abnehmen. Das ist eine Reichsinsignie, die wird noch verwendet. Wichtig natürlich auch der Reichsapfel. Der ist irgendwann im 12. Jahrhundert in Palermo hergestellt worden. Und immer wieder das schöne Ding, ihr wisst, die Erde im Mittelalter war keine Scheibe. Da ist die beste, wirklich die allerbeste Quelle dafür. Denn das soll den Erdenrund darstellen, über den der Kaiser nach seinem Anspruch herrscht. Ganz, ganz wichtig. Dann gibt es natürlich so Sachen wie das Zepter, also Königszepter und Kaiserzepter. Da gibt es verschiedene. Es gibt mehrere Schwerter, die dazugehören. Es gibt auch Sachen wie hier dieses Krönigsevangeliar, also ein wunderschön spätgotischer Einwand, ganz, ganz prächtig gestaltet. Und von Albrecht Dürer gibt es dann eine Abbildung von Karl dem Großen. Natürlich eine völlig fiktive, aber der trägt eben genau hier die Reichsinsignien alle. Und das ist tatsächlich auch das Zeremoniell. Das haben wir selbst im 18. Jahrhundert noch, dass der Kaiser in diesen Sachen herumläuft. Das ist durchaus wichtig dafür. Es gibt zum Beispiel die Adler-Dalmatika. Oder so was wie die Stephans-Burse. Also da gibt es jede Menge Teile, die Reichsklein-Odeon gehört. Eine ganze Menge an Reliquien gehören dazu, wie zum Beispiel auch die Heilige Lanze. Und ein großer Teil dieser Reichsklein-Odeon ist heutzutage in Wien. Traditionell sollten sie in Nürnberg aufbewahrt werden, wurden dann nach Wien evakuiert vor Napoleon. Irgendwie sind sie nie zurückgekommen. Ein kleiner Teil der Reichsinsignien liegt heute allerdings auch noch in Aachen. Da gibt es auch noch zwei, ich glaube zwei Stück, die zu den Reichsklein-Odeon gezählt werden. Also die sind ein ganz wichtiger Teil. Die legt der Kaiser an. Und dann begibt man sich zu Pferde zum eigentlichen Versammlungsort. Der jeweilige Erzkanzler, also die drei Erzbischöfe sind ja die Erzkanzler jeweils einer Region. Und je nachdem, wo dieser Reichstag stattfindet, der Erzkanzler, der über diesen Versammlungsort quasi die Hoheit hat, der trägt vorneweg einen silbernen Stab, an dem alle Siegel und Siegelstempel befestigt sind. Ganz vorneweg werden dann auch die Kaiserkrone und die Mailänder Krone, also die eiserne Krone getragen. Die Königin, das ist also Kaiserin, folgt dem Ganzen dann mit ihrem Hofstaat. In Kapitel 27 über die kurfürstlichen Erzämter bei feierlichen Reichstagen. Und jetzt kommen wir genau zu dieser Funktion der Erzämter, die auch zeremoniell eben, oder rituell kann man quasi sagen, auf den Reichstagen zelebriert wurde. Und da gibt es sehr genaue Beschreibungen. Der Maggraf von Brandenburg als Erzkämmerer reitet, ganz wichtig, er reitet heran, bringt ein Waschbecken mit, das einen Wert von zwölf Mark Silber haben soll und Handtücher zum Händewaschen des Kaisers. Dann folgt der Pfalzgraf bei Rhein als Erztruchses und bringt ebenfalls zu Pferde vier Schalen, die sollen jeweils drei Mark Silber wert sein, mit Speisen und stellt sie vor den Kaiser. Also hier wird quasi das Vorlegen des Essens rituell durchgeführt. Dann kommt der König von Böhmen als Erzmundschenk, bringt einen silbernen Becher im Wert von zwölf Mark Silber, der mit einer Mischung aus Wasser und Wein gefüllt ist. Ihr wisst ja, die trinken kein Wasser im Mittelalter, weil es verdreckt ist. Dem Kaiser kann man es durchaus anbieten, es scheint okay zu sein. Die Erzbischöfe segnen das Ganze dann und der Stab mit den Siegeln wird dem Kaiser gegeben. Der gibt ihn direkt wieder zurück und der zuständige Erzkanzler legt sich das wichtigste Siegel um. Auch der Stab, an dem die Siegel befestigt sind, soll einen Wert von zwölf Mark Silber haben. Also Wert und Gewicht ist ja quasi das Gleiche. Wer es nicht weiß, Mark ist ein halbes Pfund, also wir reden von drei Kilo jeweils. Also drei Kilo schwer der Stab, drei Kilo schwer die Kanne und so etwas. Das Amt des Herzogs von Sachsen ist nochmal ganz speziell, denn der, sobald der Kaiser Platz genommen hat, immer noch zu Pferde lässt Hafer aufschütten für die Pferde. Und zwar laut goldener Bulle, bis der Hafer, die Höhe des Hafers bis zur Brust des Pferdes reicht. Er trägt dabei auch einen silbernen Stab und einen silbernen Becher, zusammen für zwölf Mark Silber. Der Becher wird dann mit Hafer gefüllt, er steckt den Stab hinein, reicht ihn weiter und steigt ab. Also so sind alle Erzämter repräsentiert. Nach der Zeremonie erhalten die jeweiligen Vertreter der Erzämter, der Herr von Falkenstein als Unterkämmerer, der Herr von Nordenberg als Küchenmeister, der Herr von Limburg als Untermundschenk und der Herr von Pappenheim als Untermarschall genau die silbernen Insikien und das Pferd für sich. Also das ist quasi ihre Entlohnung, ihre rituelle Entlohnung für ihr Amt, dass sie das dann beim Reichstag behalten dürfen. Also ihr seht, alle Erzämter werden öffentlich zur Schau gestellt, alle geladenen, alle wichtigen sehen das und wir werden gleich noch sehen, das Ganze kann man sich wirklich sehr als Schau vorstellen. Und das wurde sehr, sehr lange gemacht. Also die Zeremonie aus der goldenen Bulle bleibt letztlich bis zum Ende des Reiches in Kraft. Da gibt es sicherlich Unterschiede, aber genau das, was wir gerade dieses eigentlich relativ bizarr anmutende Ritual ist wichtig. Denn dadurch zeigen die Erzämter, wer sie sind und der Kaiser zieht die Legitimation draußen. Jeder, der das sieht, hat eben jetzt die große, das große Zeremoniell, die große Rechtfertigung für den Kaisertitel in Kurzform gesehen. Ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Kapitel 28 ist dann über das Durchführen des Festmars, das Anfang hatten wir ja schon, der Tisch des Kaisers soll sechs Fuß höher stehen als alle anderen. Hier sieht man von diesen sechs Fuß nichts, also sechs Fuß, überlegst euch, das ist irgendwie 1,50. Und nur der Kaiser soll während des Reichstags daran sitzen. Ja, hier haben wir eben dann den Kaiser und drei geistlichen Kurfürsten. Da der Kaiser, gerade Karl IV., auch König von Böhmen ist, müsste er sich hier selbst bedienen. Er hat das Amt weitergegeben an einen Verwandten, ich glaube, das ist ein Herr von Luxemburg und ich weiß nicht, was er da auf dem Kopf hat. Ich hoffe, es sind nicht seine Haare. Ich hoffe, es ist ein sehr, sehr merkwürdiger Hut, den er da trägt. Aber sowas habe ich sonst noch nie gesehen. Ein ähnliches zeremonielles Mal haben wir hier auch in einem Bild aus dem 15. Jahrhundert, aus dem Schatzbehalter, ganz am Ende des 15. Jahrhunderts auch wieder der Kaiser, in dem Fall ist es Maximilian I., ganz alleine an seinem Tisch. Also ein Schauessen für alle anderen. Seitlich von dem Tisch des Kaisers steht dann der Tisch der Königin, dieser Kaiserin und unterhalb der kaiserlichen Tafeln, das ist nochmal zweieinhalb Fuß niedriger, aber immer noch höher als alle anderen und unterhalb der kaiserlichen Tafeln sitzen dann die Kurfürsten. Laut Goldener Bulle soll sich keiner von denen setzen, solange ein anderer noch seine Aufgabe erfüllt. Das heißt, die stehen am Tisch und warten darauf, dass alle anderen ihre Aufgabe erfüllt haben und setzen sich dann gemeinsam. Der 29. Kapitel legt all das fest und vor allem legt es die Wahlorte, die Krönungsorte und ähnliches fest und zwar mit einer sehr schönen Formulierung, denn seit so langer Zeit, dass es keine Erinnerung an das Gegenteil mehr gäbe, sei das üblich, was zur Zeit Karl des Vierten eine völlige Lüge ist. Er selbst wird ja schon nicht in Frankfurt gewählt und auch nicht in Aachen gekrönt, also beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal schon, aber es ist einfach falsch, dass das seit Urzeiten so wäre. Aber hier ist eben festgelegt, Frankfurt ist die Wahlstadt, Aachen ist der Krönungsort und in Nürnberg hat der erste Reichstag stattzufinden. Wo die späteren Reichstage stattfinden, ist noch was anderes, aber der erste muss in Nürnberg sein. Kapitel 30 über die Rechte der Hofbeamten. Wenn ein Kurfürst belehnt wird, soll nichts dafür gezahlt werden. Da soll kein Geld fließen, denn diesen Teil, also Korpus des Reiches, da zu zahlen sei unsinnig und sie sind vor allem auch die Herren der Hofbeamten, also das wäre Quatsch, wenn sie was bezahlen. Alle anderen Fürsten müssen für eine Belehnung Geld bezahlen und zwar 63 Mark Silber. Da reden wir über 15 Kilogramm Silber, die da gezahlt werden müssen. Und es sind 63 Mark Silber und ein Vierdung. 10 Mark gehen zum Beispiel an den Hofmeister, 10 Mark an den Hofkanzler, 3 Mark an den Kanzlei, Vorstehern, Notaren und Schreibern, so wird das Ganze aufgeteilt. Und am Ende der eine Vierdung geht an den Siegler für das Wachs und Pergament, das er gebraucht hat. Alle anderen kriegen richtig viel und der kriegt ein Taschengeld. Egal, also da wird genau erklärt, wenn eine Urkunde ausgestellt wird, wer wie viel kriegt. Und das sind ordentliche Summen, die da gehen. Also so eine Belehnung scheint teuer gewesen zu sein. Im letzten Kapitel, dann im 31. Kapitel, das wieder keinen Titel hat, kommt noch eine lustige Besonderheit. Denn die Söhne der weltlichen Kurfürsten, natürlich nicht der Geistlichen, sollen vom siebten Lebensjahr an Sprachen lernen. Und zwar die lateinische, die italienische und die slavische, womit wahrscheinlich die tschechische Sprache gemeint ist. Also um das Reich zusammenzukitten, sollen die in verschiedenen Sprachen unterrichtet werden. Da gibt es dann auch noch ein Bild dazu. Hier ein Lehrer, der die Schüler unterrichtet. Ihr seht, das ist der gesamte Inhalt. Ich habe nichts weggelassen. Ich habe jedes einzelne Kapitel erwähnt, damit ihr euch mal ein ungefähres Bild machen könnt. Das hat nichts von einem Gesetzbuch, wie wir uns das vorstellen. Das hat auch nichts von einer Verfassung, wie wir uns das vorstellen. Es wird nirgendwo jemand anders, also das gemeine Volk wird nicht erwähnt. Dafür sind die nicht. Das ist vor allen Dingen, wie wird der König gewählt, wie wird das Zeremoniell an Hoftagen und Reichstagen durchgeführt und ansonsten die Rechte und Pflichten der Kurfürsten. Es gibt nur zwei Ausnahmen. Einmal wird, oder letztlich drei, die Städtebünde und Ritterbünde, also alle Bünde werden vernichtig erklärt. Und der Majestätsbegriff wird auf die Kurfürsten ausgeweitet und die Fede wird eingeschränkt. Das sind so die Punkte, die den normalen Niederadlingen noch irgendwie betreffen. Aber den normalen Leuten sind nicht erwähnt. Wer auch nicht vorkommt, ist der Papst. Dieses päpstliche Approbationsrecht, das Recht, dass der Papst sich vorbehält, den Kaiser zu grünen und quasi ein Mitsprachrecht zu haben, wird einfach nicht mal erwähnt. Das ist vom Tisch. Also, das führt dann auch so weit, dass später die Kaiser irgendwann darauf verzichten, nach Italien zu ziehen. Und ich meine, Maximilian I. wäre der Erste gewesen, der dann sich als erwählter Kaiser bezeichnet. Einfach, ich bin nicht vom Papst gekrönt, aber ich bin der erwählte Kaiser. Also, Kurfürsten hat mich gewählt, reicht, ich bin jetzt Kaiser. Das ist was Neues. Das wird so am Ende des Spindelalters auftauchen. In der Neuzeit wird das ganz üblich. Dann wird auch in Frankfurt irgendwann gekrönt. Das macht man sich einfacher. Frankfurt wählen und krönen in einem Atemzug. Super. In der Goldenen Bulle findet all das nicht statt. Und trotzdem haben wir etwas relativ Seltenes. Es gibt andere verfassungsähnliche Bücher, zum Beispiel in England, die Magna Carta, die vor allen Dingen die Rechte und Pflichten der Adligen, teilweise auch der gemeinen Leute, berücksichtigt oder regelt. Also das, was wir uns eigentlich bei einem Gesetzbuch vorstellen würden. Aber für das Heilige Römische Reich ist diese Goldene Bulle wirklich eine grundsätzliche Verfassung und wird auch über mehrere Jahrhunderte bis zur Auflösung des Reiches mehr oder minder so befolgt werden. Also das sind knappe 500 Jahre, die die, ja nicht ganz, das sind knappe 450 Jahre, die die Goldene Bulle in Kraft ist, was für so ein verfassungsartiges Buch eine ganz schöne Leistung ist. Also da müssen heutige Verfassungen echt mal rankommen. Ja, wichtiges Buch für das Reich und eben das, was wir eben mit den Reichsfürsten, das, was wir mit den Kurfürsten so als Selbstverständlichkeit sehen. Ihr seht, es hat sich erst langsam herausgebildet. Wir haben da schon wieder einen ganz großen, ganz langen Aushandlungsprozess, der dann letztlich in der Goldene Bulle niedergeschrieben wird. Und ab dann hat das quasi Verfassungs- und Gesetzescharakter und wird auch eigentlich nicht mehr groß dran gerüttelt. Und klar gibt es noch Veränderungen. Das Kurfürstenkolleg wird erweitert. Es kommt irgendwann noch mehrere Kurfürsten dazu. Also am Ende sind es, glaube ich, zehn, aber die kommen gar nicht mehr zum Einsatz. Also gerade zum Ende des Reiches wird da noch ein bisschen dran rumgeschraubt. Die Kurfürstenwürde verändert sich durch Erbe, teilweise auch durch Krieg. Also im Dreißigjährigen Krieg wird zum Beispiel daran nochmal geschraubt, denn einige der Kurfürsten sind ja plötzlich protestantisch, was für den katholischen Papst als Habsburger ein Problem darstellt. Aber letztlich so richtig grundsätzlich wird daran gar nichts mehr gedreht. Das bleibt tatsächlich in Kraft. Ja, das war so alles zur Goldene Bulle. Ich glaube, ihr seid jetzt ganz gut über das Ding informiert. Ein paar Tagen war es schon echt schräg darin. Und man merkt wirklich, die hatten keine Erfahrung mit Verfassungen. Die können sich nicht wie wir auf viele hundert Jahre Erfahrung stützen. Für die war das was relativ Neues. Trotzdem war es ein eporares Werk, das niedergeschrieben wurde. Und ich finde es eben ganz spannend, dass noch so viele Abschriften davon da sind. Und teilweise, je nachdem, wo man herkommt, auch ganz in der Nähe. Also ich wusste lange nicht, dass in Frankfurt sowas herumliegt. Aber irgendwann müsste ich da mal hingehen. Man kann da, glaube ich, im Institut für Stadtgeschichte, gibt es da, glaube ich, so eine Medienstation, wo man was dazu sich angucken kann. Muss ich irgendwann vorbeigehen. Muss ich mir anschauen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, welche Verordnung fandet ihr am spannendsten? Was war euer Liebling? Was wusstet ihr so nicht? Und wie findet ihr diese zeremonielle Essen des Kaisers mit ganz vielen Kurfürsten, die Silbergeschirr durch die Gegend tragen? Würde mich mal interessieren. Ich weiß noch nicht, welches Thema es nächste Woche geben wird. Aber morgen, also wenn der Film rauskommt, morgen wird es auf Twitch einen Stream geben. Es wird auf Twitch und YouTube. Da geht es wieder um Manor Lords. Da geht es auch um eine Ankündigung eines anderen Spiele-Publishers. Ich bin ganz gespannt. Schaltet da rein. Überhaupt, wer nur die Videos kennt, schaut mal in die Streams rein. Eigentlich sind die ganz spaßig. Ich mache die Streams sowohl auf Twitch als auch auf YouTube jeden Dienstag sicher. Und dann entweder Donnerstags oder Freitags auch noch. Ihr könnt auch auf meiner Homepage vorbeischauen. Da gibt es noch einiges mehr. Da gibt es auch Quellen. Da gibt es zum Beispiel auch die Quellen aus der Riechenthal-Chronik aus Konstanz. Da sieht man zum Beispiel, wie ebenfalls die Kurfürsten der Kaiser zusammenkommen und auch ein Kurfürst, nämlich der Pfalzkrampf von Rhein, mit einem Lehnen belehnt wird. Also das sind schöne Quellen dazu. Einfach mal auf der Homepage rumschauen. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Ja, das war das Video. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Macht's gut und bleibt gesund. Und jetzt geht's gut. Vielen Dank.